Hallo, ich bin das Finanzamt und ich bin ja kein Unbekannter. Die Frage, die ich mir stelle, wir nehmen mich heute auseinander. Hier wohnt ein neuer Selbstständiger. Wir checken ihn mal aus. Ja, hallo? Hallihallo, ich bin das Finanzamt. Ich habe gehört, Sie sind jetzt selbstständig, das heißt ein neuer Gast. Seien Sie bitte vorsichtig, sonst sehen wir uns im Knast. Ich habe schon von Ihnen gehört, schön, dass Sie da sind. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Ja, wenn ich Sie schon mal sehe, wo ist denn Ihr Portemonnaie? Mein Portemonnaie? Ja klar, hier, bitte sehr, nehme ich gleich mit. Wissen Sie, viele behaupten, ich sei ein Ungeheuer. Seien Sie einfach lieb und zahlen Ihre Steuer. Ja, Steuern, natürlich, 19 Prozent, oder? Das ist die Umsatzsteuer. Ja, also das mit Ihrer Selbstständigkeit, das wird ja ein Abenteuer. Wissen Sie schon, was Sie nächstes Jahr verdienen, wegen der Steuervorauszahlung? Ich weiß nicht mal, was ich dieses Jahr verdiene. Seien Sie bitte nicht zu spät, denn am Ende hilft dann auch kein Bewertungsbeleg. Also, ciao, ciao. Money, money. Hey Bruder, kennst du einen guten Steuerberater? Finanzansorte? foh ... ... ... ... ...